Durch die nachfolgenden drei Tipps kannst du bis zu fünf Punkte besser in der Mitarbeit werden. Willkommen zurück Abitur-Athleten, hier ist Leo, dein Abitur-Coach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traum-Abitur-Schnitt. Die Mitarbeit ist ja wirklich eins der unterschätzten Sachen in Bezug auf eure Not. Ja, da habe ich schon mal ein Video dazu gemacht und wenn nicht, dann kommt es bald, wo ich erklärt habe, warum Mitarbeit so unendlich wichtig ist. Ja, so unendlich wichtig ist. Und heute möchte ich euch mal drei konkrete Tipps mitgeben, wie ihr eure Mitarbeit verbessern könnt. Und auch eure Mitarbeitsnote, dass ihr auf jeden Fall, ja ich meine klar, wenn ihr jetzt schon 12, 13, 14, 15 Punkte in der Mitarbeit habt, wird das nicht funktionieren, aber gerade wenn ihr in den unteren Bereich oder mittleren Bereichen seid, dann könnt ihr auf jeden Fall euch mit den Tipps um fünf Punkte verbessern. Und auch wenn du natürlich jetzt schon zwölf Punkte hast, kannst du natürlich trotzdem damit auf 14 oder vielleicht sogar 15 Punkte hochgehen. Die drei Tipps sind die folgenden. Der erste Tipp ist, in jeder Stunde, egal ob dir der Lehrer gefällt, ob dir das Fach gefällt, ob du gerade Bock hast, ob du noch Energie hast, ob du noch die Augen offen halten kannst. Egal in welcher Stunde, setz dir ein Mindestziel, wie oft du etwas sagen möchtest, ja. Das kann gerade auch dafür sorgen, dass du in den Fächern, in denen du schlechter bist und dich deswegen nicht so oft meldest, gezwungen wirst, weil von dir selbst ausgezwungen wirst, dich öfter zu melden, wodurch du ausmarsch wieder besser wirst. Und was viele da ja auch nicht wissen, es ist viel, 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 viel wichtiger und einfacher, die schlechten Fächer zu verbessern, als die guten Fächer. Weil von 13 Punkten im Matten noch auf 15 Punkte hoch zu gehen, hat erstens auch immer wieder was mit Glück in der Klausur zu tun. Und vor allem auch ist es wesentlich anspruchsvoller, weil du noch mal ein krasses Stück besser sein musst. Aber wenn du jetzt aktuell auf 5 Punkten in Geschichte stehst, da auf 11 Punkte hoch zu gehen, ist einfach mit ein bisschen mehr Lernen meistens schon getan und ein bisschen mehr Mitarbeiten und dann läuft das Ganze schon. Ja, deswegen, hab wirklich einen Standard. Es kann einmal sein, wenn du jemandem bisher Superschüchterl bist, der sich total schwer tut, nimm dir einfach nur vor, melde dich in jeder Stunde einmal. Nur einmal. Und wenn du nur ein Wort sagst, reicht schon. Hauptsache, du sagst in jeder Stunde eine Sache. Wenn du ein normaler Schüler bist, dann sag gerne mal, jede Stunde sag ich 3 Sachen. Überleg dir das mal. Wenn du da 6 Stunden hast, dann meldest du dich schon fast 20 Mal an dem Schultag. Das ist richtig, richtig gut. Das wird sich in den Noten niederschlagen. Wenn du sowieso schon super gut bist, push dich ja, sag gerne mal 7 Mal. Ja, ich will mich 7 Mal pro Stunde melden. Vielleicht auch 10 Mal. Darüber hinaus würde ich es nicht machen, weil wenn du dich schon so oft meldest, ob du dich jetzt 8 oder 11 Mal meldest, macht nicht mehr den großen Unterschied. Das ist viel wichtiger. Dass du hochqualitative Antworten gibst. Aber grundsätzlich push euch gerne auch bis zu 10 Mal pro Stunde. Je nach Lehrer ist das auf jeden Fall auch möglich. Der zweite Punkt, der dann auch schon denjenigen hilft, jetzt vielleicht ganz laut anfangen zu schreien, ja Leo, aber mein Lehrer, der ruft mich gar nicht so oft auf. Oder auch, ja gut, aber gerade in den Fächern, in denen ich ja nicht so gut bin, wie soll ich mich denn da melden? Ich habe ja gar nichts zu sagen. Ja, für euch hilft genau der zweite Tipp extrem viel, habe ich immer wieder angewendet, habe ich glaube ich auch so nie bei irgendjemandem meiner Mitschüler gesehen und hat einen unglaublich großen Unterschied ausgemacht. Und zwar, stelle schlaue Fragen. Wir haben in der Mitarbeit ganz oft das Gefühl, dass es nur um Antworten geht. Im Sinne von, der Lehrer fragt irgendwas und dann, boah, ich habe es zum ersten Mal fragt gesagt, ohne fragt davor zu sagen. Ich kriege das raus. Ich bin stolz auf mich. Können wir mal in die Kommentare schreiben, dass ihr stolz auf mich seid für diese Entwicklung, dass ich nicht mehr fragt sage. Ich habe jetzt seit sechs Monaten, glaube ich, kämpfe ich jetzt damit, aber ich glaube es, langsam komme ich da hin. Wir glauben ganz oft, der Lehrer fragt irgendwas und dann müssen wir irgendwas antworten, was dann super gut ist und je besser es ist, desto besser ist unsere Mitarbeitsnote. Und so läuft es oft auch, aber dann seid ihr vor allem auch, und das ist nämlich auch eine Sache, die viele von euch ja immer wieder kritisieren oder wo ihr ehrlich gesagt auch ein bisschen die Schuld einfach zum Lehrer schiebt, dieses, ja, mein Lehrer ruft mich nicht auf. Das bedeutet, wenn du immer nur darauf wartest, eine Antwort zu geben, dann machst du dich halt vom Lehrer abhängig, ja, weil um eine Antwort zu geben, muss eine Frage gestellt worden sein. Und wenn der Lehrer zum Beispiel, zum Beispiel mein Geschichtslehrer war immer so, der hat einfach lieber immer so lange Monologe gehalten. Und dann war es schwer, sich da zu melden, aber Not macht erfinderisch. Und da bin ich halt dann irgendwann drauf gekommen, Moment mal, für viele Lehrer ist es mindestens genauso gut, wenn du dich einfach, wenn du einfach eine schlaue Frage stellst. Und ihr kennt das ja, wenn eine, das ist nämlich noch ein zusätzlicher Vorteil dazu, du bist auf einmal auch unabhängig von der Stärke oder Konkurrenz in deiner Klasse oder in deinem Kurs. Weil wenn der Lehrer eine Frage stellt, und das ist vielleicht, es gab mal eine einfache Frage, und du könntest sie beantworten, aber es geht ansonsten auch 20 Finger hoch, ist halt die Wahrscheinlichkeit unter 5%, dass der Lehrer dich dran nimmt. Und wenn du auch eine Frage stellst, wird es meistens an dem Punkt, in der Stunde sein, wo sich sonst fast niemand meldet. Und wenn gerade der Lehrer irgendwas erzählt, und dann geht nur ein einziger Arm hoch, ohne dass eine Frage gestellt worden ist, guess what, der Lehrer will dich aufrufen. Weil vielleicht musst du aufs Klo, vielleicht ist es ein Notfall, vielleicht muss er dir gerade irgendwas mitteilen, oder du musst ihm irgendwas mitteilen, vielleicht hat der Lehrer gerade irgendwas nicht gecheckt, worauf du ihn jetzt hinweisen möchtest, zum Beispiel, dass der Overhead-Projektor anbrennt, oder was auch immer. Und die Lehrer, werdet ihr merken, in 90% bis 95% der Fälle, rufen die euch binnen 5 bis 10 Sekunden auf. Und deswegen, wirklich, kriegt es aus eurem Kopf raus, dass nur Antworten zählt. Sondern, wenn ihr merkt, ihr müsst zum Beispiel selbst einfach eure Hand heben, um das Ganze überhaupt zu initiieren, meldet euch gerne einfach mal und stellt einfach nur eine Frage. Ihr solltet jetzt keine Frage stellen, die erstens nichts mit dem Thema zu tun hat, und zweitens auch keine Frage stellen, die zeigt, dass ihr einfach grundsätzlich gar keine Basics in dem Fach habt. Aber stellt gerne einfach mal eine Frage, die so das nächste Level in Bezug auf den Stoff beziehen würde. Zum Beispiel, wenn ihr, was weiß ich, wenn ihr, boah, spontan irgendein Beispiel, ich bin schwierig, genau, zum Beispiel Geschichte. Bleiben wir bei Geschichte. Ihr habt irgendeinen Krieg oder irgendeine Verhandlung besprochen, ihr habt die jetzt fertig. Dann kannst du natürlich versuchen, noch irgendwas Detailliertes dazu zu fragen, aber du kannst zum Beispiel auch fragen, was ist denn danach passiert. Oder einfach irgendwas sowas Simples. Und du merkst schon, du musst für die Frage nichts wissen. Du musst nichts wissen. Du stellst einfach nur eine Frage. Und diese Frage zeigt dann natürlich, dass du Interesse am Fach hast. Und für die Schlechteren unter euch, die noch nicht so gut im, oder wenn zumindest im Fach nicht so gut bist, kann es helfen, weil du musst, denn dann ist einfach nur, dass du dich gemeldet hast, schon ein großer Blospunkt. Und natürlich für diejenigen, wenn ihr schon besser seid, stellt gerne eine Frage, wo der Lehrer dann sowas antwortet wie, ja komm, keine Ahnung, Tim, ne, so, wir müssen es jetzt nicht übertreiben, so nach dem Motto. Das nehmen viele als was Negatives auf, aber eigentlich bedeutet es nichts anderes, als der Lehrer sagt, hey yo, lass uns nicht auf das Thema gehen, weil die anderen verstehen es nicht. und du kannst auch gerne eine Frage stellen, die du selbst noch nicht hundertprozentig verstehst, weil wenn es der Lehrer erklärt, man ist einfach, mhm, mhm, ah, ah okay, ah okay, und der Lehrer denkt sich, wow, krass, und dann wurde vielleicht auch selbst durch dich gechallenged, und merkt sich, okay, wow, der Tim jetzt zum Beispiel, der ist aber jemand, der wirklich sehr, sehr weiterdenkt, ja, deswegen das ist ein sehr, sehr wichtiger zweiter Tipp, der euch da aus all diesen Problemen auch, quasi magisch einfach raushilft, und der dritte Tipp ist es, einfach nach jeder Stunde kurz zum Lehrer zu gehen, egal weswegen, ja, fragt einfach eine Sache bezüglich zum Stoff nach, oder zeigt ihm eine Sache, oder was auch immer, damit meine ich nicht so einen Schleim von, oh, sie haben aber heute eine schöne Jeans an, oder sonst irgendeinen Schwachsinn, sondern wirklich, stellt einfach nur eine Frage, eine konkrete Frage zum Fach, oder sagt eine Sache, dass ihr zum Beispiel, ähm, dass ihr da nochmal drüber nachgedacht habt, dass das irgendwie voll Sinn gemacht hat für euch, oder dass ihr es jetzt versteht, oder fragt euch zu den Hausaufgaben, einfach nur eine kleine Sache, ihr müsst es auch nicht in jeder Stunde machen, ja, weil sonst wird es irgendwann ein bisschen merkwürdig, aber ich habe das wirklich regelmäßig gemacht, ich bin regelmäßig zu meinen Lehrern nach der Stunde gegangen, habe eine Frage gestellt, und da könnt ihr gerne auch, habt da auch nicht, das gilt es vor allem auch für die, ähm, sehr guten Schüler und euch, habt nicht so eine, so einen falschen Stolz, im Sinne von, oh nein, der Lehrer hat so ein Bild von mir, dass ich so ganz, ganz schlau bin, was ist, wenn ich jetzt eine normale Frage stelle, und der Lehrer auf einmal das Gefühl hat, ich bin wieder auf einem niedrigeren Level, gerade wenn ihr Stoff frisch in der Stunde gemacht habt, dann macht es super Sinn, einfach, ähm, auch wenn ihr was in der Stunde nicht verstanden habt, was ihr eigentlich nach der Stunde schon verstanden haben solltet, das nochmal nachzufragen, das nimmt euch nichts weg, und sorgt einfach nur dafür, dass ihr wesentlich stärker nochmal die Basics habt, und dann auch in den weiteren Stunden sehr, sehr gut mitarbeiten könnt, wenn ihr noch weitere Hacks habt, um besser in der Mitarbeit zu werden, gerne in die Kommentare, unten in der YouTube Beschreibung, die erste Link, da könnt ihr euch für unser Traumabiturcoaching bewerben, hat schon vielen anderen Schülern geholfen, um ihre Noten zu verbessern, und dabei mehr Freizeit und weniger Stress zu haben, das heißt, wer daran Interesse hat, einfach auf den Link klicken, von dort an ist alles selbsterklärend, und ansonsten denk dran, ich glaub an dich, wir hören uns im nächsten Video, dein Leo. I wanna know, what the fuck is a team? Nobody gonna work harder than me, especially if it's my dream, I can't let none of these looks intervene, no, most of these blessings, I can't even see, praying that I get to breathe, yeah.